Über 18 Jahre? Ja! Machen wir freiwillig! Echt jetzt? Das ist mir noch nie passiert, gell? Wie heißt du? Applaus für Peter! Ja! Peter, du hast es wirklich super entspannt. Einfach nur hier drauf sitzen. Und nachher, wenn es halt los geht, machst du so die Klappe, alle Actionstücke lang beginnen. Easy. Okay, bitteschön. Ich komme gleich zu dir. Davor aber jetzt noch die Hauptdarstellerin, und zwar Prinzessin Lea. Prinzessin Lea. Ihr kennt die vielleicht auch? Der hat immer so einen Umhang an, der Super-Bull-Traut. Und da suche ich eine Mama, die heute spontan mitmacht. Und ihr dürft mir helfen, wenn ihr wollt, dass eure Mama auf die Bühne kommen soll. Gebt mir ein Zeichen! Und das hat sie letztendlich gesehen, da hat der Mann gesagt, nimm sie, nimm sie, nimm sie! Jetzt muss ich nachfragen. Möchtest du, dass deine Mama auf die Bühne kommt? Das wäre dein größter Wunsch! Und ihr würdet wahrscheinlich beide einen auf den Boden bumm wälzen, wenn sie nie mitkommt. Das ist richtig! Sag ich, ja! Machst du Spaß mit? Applaus für Prinzessin Lea! Applaus für Prinzessin Lea! Applaus! 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 Paul Koffow! Peter, weißt du, meine Chancen-Graf-Frauen, ihr alles so glücklich machst! Gell? Ihr denkt euch alle, so ein Kreativ-Ruch nicht, ich, ja? Ab sofort rüst und Prinzessin Lea, damit man dich gut erkennen kann. Wie gesagt, braucht man erst mal einen Umhang. Den hab ich dabei. Das war die gleiche Variante. Dazu bitte einmal nach vorne schauen, denn der schreckende Umhang kommt. Als zweites brauchen wir natürlich noch eine kleine Waffe und zwar das Blaserschwert. Und was noch viel wichtig ist, Prinzessin Lea hat ja so coole Zöpfe. Und ich habe zufälligerweise genau solche Zöpfe dabei gehalten. Bitte einen tollen Applaus für Prinzessin Lea! Freunde, Ausgangspassion für dich ist hier. Und ich suche dir jetzt noch einen Gamespieler. Das ist der Darth Vader. Da suche ich den jungen Mann, mutiger junger Mann, der sich auf die Bühne traut und sagt, ja, ich möchte mal einen Schauspieler so richtig Gas geben. Einer, der sagt, ja, ich bin ein... Wie heißt du? Ich. Er hat keinen Namen, okay? Dann such mal jemand anderen. Wer traut sich? Ich. Junge, Armin, Bayern-Tischer, wie heißt du? Armin. Traust du dich raus? Dann lass deinen Lütze da und ich sag mal einen großen Applaus für Darth Vader! Und jetzt sagen wir deinen Namen nochmal. Du bist ja? Jonathan. Und wie alt bist du Jonathan? Und das kriegen wir zusammen cerutieren? Gibt mir 5! Und jetzt soll die gehen. Ja, so ein Ding, okay. Ab sofort bist du der Darth Vader und, damit dich jeder kennen kann, brauchen wir auch für dich Ausrüstung. Als erstes natürlich den Umhang von Darth Vader, den habe ich hier. Kennst du dich mit Star Wars aus? Na, das kriegen wir trotzdem hin, so und ala. Und als zweites natürlich noch den Helm von Darth Vader und den habe ich da. Applaus für Darth Vader! Ausgangsposition für dich ist dahinten und ich erkläre den anderen Schein, was alles passiert und dann komme ich gleich wieder zu dir, okay? Super, es geht gleich los. Peter, wenn Musik kommt, dann musst du ein bisschen Verstimmung sorgen, springst spontan auf, heizt das Publikum an. Ich mache ungefähr vor, wie es geht. Musik! Und action! Allah, wir sagen action ein bisschen lauter. Und action! So schaut Freude aus, ja! Danach geht's weiter mit Prinzessin Lea. Ja! Dann kommt ein Schuss! Noch einer! Beim dritten Schuss muss ich noch ausweichen mit einer Flugrollen. Wollt ihr das sehen? Ja! Wir machen es, Leute, bis es klappt, keine Angst. Es geht weiter mit Darth Vader. Sobald sie die Flugrolle gemacht hat und auf die Seite läuft, kommst du. Am Anfang hört man dich laut atmen. Atme! Oh! Immer aus. Könnt ihr ihn hören? Ja! Wir sind im Film, wie wir schon tun, als ob du atmest, und du übernimmst die Atemgeräusche von Darth Vader. Darth Vader! Atme! Ja, aber warte, es zerstört. Ja, 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 ja. Mit den Atemgeräuschen gehst du dann ganz cool nach vorne. Und so, nur Musik. Ganz cool. Ja, 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 ja! Da taust du Böse ins Publikum. Ja, 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 ja. Super. Und da. Das wäre längst doch schwer, aber du hast The Force, die macht... Wenn du die Hand so ausdrängst, wie Thomas... ...kannst du coole Sachen machen. Probier's bei mir aus. So. Ja, 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 ja. Ich probier's bei Prinzessin Lea. Ja, ja. Ja, Robbier ist beim Publikum! Siehst du den beiden Brunnen T-Shirts? Schwing ihn in die Knie! Tiefe in die Knie! Der ist resistent gegen die Macht, krass. Das geht nicht mehr. Was dann passiert, lasst ihn überlassen. Applaus für der Freider! Applaus für der Freider! Wir alles jetzt in einem Kuss ausschauen, wie es gleich abgeht. Das lasst euch mal überraschen. Du bist bereit? Lea bereit? Das werdet ihr bereit? Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und dann geben sie eine Musik ab und los geht's! Fremdlich! Warte! Alles klar! Und da kommt die Prinzessin Lea! Das werdet jetzt vertögert sich grad, die Prinzessin Lea ist grad noch in der Rolle eigentlich. Ballerina. Du bist eine frohe Kämpferin, das heißt, du gehst gut rein, dann fest. Okay? Dann der Ton. Dann mach mal einfach nochmal von vorne. Musik ab und los geht! Und da kommt die Prinzessin Lea! Sie macht eine Kick! Ja, ein Schuss! Noch ein Schuss! Ein Superschuss! Das war jetzt gleich noch schön. Jetzt ist sie Lea! Die Schüsse, die beißt du aus, das ist nicht... Beim letzten ist es wirklich ein Megaschuss, da musst du schon eine Rolle machen. Weißt du wie? Ich mach's so ungefähr so, das heißt, du ziehst so und dann so... Alles klar! Das hält dich schon aus, kein Ding! Wollt ihr das sehen? Das war aber Spiele, denn jetzt kommt ihr... Darth Vader! Der Atem! Geht cool nach vorne! Er nimmt seine Macht und lässt das Publikum erzittern! Er dreht sich zur Prinzessin Lea und lässt Lea zittern! Und das sagt er zu ihr! Ich bin der Vater! Und dann passiert folgendes! Du wirst dann spontan in Ohnmachtfallen so... Oh! Oh! Bläh! In Lichambo, eine Runde Mitleid geht durchs Publikum! Oh! Und das wäre dann kommt deine große Aufgabe! Du wirst Prinzessin Lea wieder auf den Weg! Entweder mit einem Kuss... ... ... oder mit einem Becher Wasser... ... oder mit einem Becher Wasser... Oh! Und zufälligerweise habe ich sogar einen Becher und Wasser dabei! Du darfst sogar bestimmen, wie viel Wasser in den Becher reinstecken! Das heißt, ich schützt und du sagst Stopp! Pass auf! Los geht's! Na, bleib bitte hinten stehen und ich dir das eh kann! Genau, super! Ich mach's hier vorne! Sag einfach immer mal Stopp! 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 Wobei, ich mach's schwer! Ich trinke bis runter! Das wäre zu fällig gewesen, das machen wir lieber nicht! Okay! Also, du nimmst nachher den Becher! Schützt lieber sie drüber! Mega Applaus! Show ist aus! Alles klar? Dann fragen wir euch! Seid ihr bereit? Are you ready? Aus! Aus! Ganz Positionen einnehmen! Wir machen immer komplett von vorne! Peter gibt alles! Und in dem Sinne... Musik ab und los geht's! Aus! 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 Yeah! Und da kommt sie! Die coole Kämpferin! Prinzessin Lea! Sie testet ihr nichts wert! Sie testet ihr nichts wert! In der Platz bin ich? Okay, ja! Da! Ein Schuss! Noch ein Schuss! Ein Superschuss! Sie wollen sich davon! Auf Boden! Wolle weiter! Du bist hier getroffen! Ja! Ja! Ein Applaus für Lea! Prinzessin Lea denkt sich, ob sie schlafen soll! Nein! Sie geht wieder zurück! Denn da kommt er! Doris Vader! Ja! Ja! Er geht nur nach vorne, nimmt seine Macht und lässt das Publikum erzitteren! Ja! Er dreht sie zu Lea und sagt zu ihr! Ich bin dein Vater! Die Vater! Ja! Er setzt in Lea, erstickt sie und fällt in Ohnmacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machen wir da? Aber das Wetter ist eigentlich gut! Er weiß, er muss Prinzessin Lea wieder aufwenden! Und er hat keine Kosten, keine Mühe gescheuert! Er hat extra einen Becher Wasser organisiert! Oh mein Gott! Ja! Vorsichtig! Für beide Hände drückt er den Becher Wasser in die Hand! Ja! Genau hier stehen wir, dass wir schwung über sie drüber! Bei drei! Eins! Zwei! 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 Prinzessin Lea, du warst der Wahnsinn! Den Umhang brauche ich noch! Die Haare und das letzte Geschenk ich dir, wenn du es einmal abnehmen kannst. Ich komme gleich zu dir. Davor aber zu Peter. Du hast mega Stimmung gemacht! Hammergut! Ganz großen Dank! Und als Erinnerung habe ich noch eine Kleinigkeit für dich. Und zwar ein... Babylaser-Schweiger! Applaus für Peter! Sensationell mitgemacht, aber leider hat es für den Kuss nicht funktioniert. Bist du sehr traurig? Kommt ein Schaden soll es nicht sein. Applaus für Peter! Applaus für Peter! Applaus für Peter! Ich danke dir fürs Mitmachen. Den Hut traurig, den Roman auch. Wobei... Normalerweise behalten... Er hat super mitmachen, oder? Ja! Ich schenke dir und er ist wirklich... Applaus für Peter! Applaus für Peter! Damit bin ich auch am Ende der Chance...